Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 281. Mal bei Hoaxhiller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hi ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Hoaxhiller-Folge und ich freue mich, dass auch heute wieder der wunderbare Alexander Hoaxmaster an meiner Seite ist. Ja und eigentlich gibt es wenig Hausmeisterei vorab zu erzählen. Wir freuen uns, dass wir sehr viele Einsendungen immer noch vom Pummeleinhorn-Gewinnspiel bekommen. Beteiligt euch fleißig dabei, da können wir noch losen und ansonsten würde ich dann sagen, wir machen einfach weiter mit der Sendung. Also ich weiß ja, dass es verrückte Eissorten da draußen gibt. Gehört habe ich auf jeden Fall auch schon mal von Gurke und Zwiebel. Und es gibt bestimmt Leute, die das total toll finden, ich nicht. Aber das krasseste, was ich so in letzter Zeit gehört habe und da hoffe ich wirklich, dass es nicht stimmt, dass das ein Hoax ist, ist eine Eissorte mit dem Geschmack von Kraft, also der Firma Kraft, Mac & Cheese. Also Mac & Cheese finde ich ja manchmal irgendwie so ganz cool und die Firma Kraft scheint halt irgendwie auch noch eine besondere Geschmacksrichtung dazugepackt zu haben. Also sehr buttermäßig soll das wohl schmecken, die Mac & Cheese von Kraft. Und das Ganze hat sich dann oder hat man dann übersetzt in eine Eissorte. Ich würde sie nicht essen, auch wenn es draußen sehr sommerlich warm ist und man Lust auf Eis hat. Ich glaube, vor der Sorte würde ich wirklich Halt machen. Das wäre auch keine Sorte für mich. Wie du weißt, bin ich ja eher so der Freund von Pistazia. Ja, ich weiß, genau. Ich glaube, ich bleibe lieber bei, weiß ich nicht, auch Erdbeer oder irgendwie sowas. Ja, vielleicht stimmt es ja auch nicht. Vielleicht kann ich ja nachher Entwarnung geben oder ihr sagt irgendwie, ich will unbedingt, dass das funktioniert. Stimmt, ich würde sie mir kaufen. Gucken wir mal. Eis ist aber ein gutes Stichwort, denn da, wo unsere Geschichte gleich beginnt, da könnte man sicherlich auch weite Teile des Jahres Eis essen. Wow, was für eine Überleitung. Gut, ne? Thema der Woche Ja, das heutige Thema der Sendung ist eines, das uns zugesandt worden ist. Auf der einen Seite, wir hatten das aber auch schon mal auf der Liste stehen, schon länger. Es ist das sogenannte Havanna-Syndrom. Und zwar ein recht aktuelles Thema, das wirklich in den letzten Wochen wieder richtig hochgekocht ist. Und es hat ein Hörer uns dann auch nochmal über die sozialen Medien angeschrieben und mal gesagt, irgendwie mach doch was dazu. Und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt wo das gerade wieder so in den Medien präsent ist, müssen wir uns das mal anschauen. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren. Und ich kann jetzt schon mal vorausschicken, dass meine Ansicht dazu am Anfang eine ganz andere war, als sie dann am Ende gewesen ist. Es gibt einige Berichte, die setzen den Beginn in das Jahr 2006 bereits, aber die allermeisten sagen, dass das ganze Havanna-Syndrom oder die Geschichte rund um das Havanna-Syndrom im Jahr 2016 begonnen hat. Und wir befinden uns hier heute in einer Spionagesendung, kann man im Grunde genommen sagen. Hier geht es um eine Weiterentwicklung, Fortführung des Kalten Krieges eventuell. Man weiß es alles gar nicht so genau. Und das macht diese Geschichte ganz interessant. Worum geht es? Es geht um MitarbeiterInnen des Außenministeriums der Vereinigten Staaten, die in Kuba stationiert waren. Deswegen dann jetzt auch das Havanna-Syndrom. Also Diplomaten, BotschaftsmitarbeiterInnen und MitarbeiterInnen. Genau. Und diese berichteten dann so ab 2016 von gesundheitlichen Einschränkungen, so will ich das mal formulieren. Sie berichteten von Schlaflosigkeit, Schwindel. Übelkeit. Übelkeit, neurologischen Einschränkungen im Allgemeinen. Das heißt, so ein bisschen das, was wir heute sehen bei Long-Covid, also Konzentrationsschwäche, Dinge nicht mehr gut im Voraus planen können, sich schwer länger auf eine Sache konzentrieren können. Und einige berichteten auch von Hörstörungen. Und das Ganze soll jeweils dann eingesetzt sein, nachdem sie merkwürdiges Geräusch gehört haben. Und das war dann wie eine Attacke und danach waren sie erkrankt. Genau. Einige von diesen Personen waren auch länger in Behandlung und haben wirklich auch Langzeitschäden davon getragen, kann man sagen. Und mussten dann eine Reha machen und konnten auch zum Teil ihren Beruf nicht mehr in der Form ausüben. Was dann begann, war natürlich die Frage nach Ursachenforschung. Es ist in diesem Bereich etwas schwierig zu sagen, wie viele Menschen davon betroffen sind. Wir können sicherlich relativ gut erstmal festhalten, dass es im Jahr 2018, im Juni, so um die 26 Betroffene waren. Es gibt hier auch wissenschaftliche Publikationen zu dem Thema, die dann sagen, dass davon 21 sehr eindeutig diese Symptome gehabt haben. Das kann man sagen, heute ist die Zahl deutlich höher, die wir so finden können. Man unterscheidet sich dann aber auch immer ein wenig davon oder ist davon abhängig, wer diese Zahlen publiziert. Es ist also welches, meistens ist Zeitungen, die über dieses Phänomen heute berichten. Und da ist mal etwas unklar, wie viele Fälle es gibt. Also angefangen kann man sagen, hat das Ganze in Kuba und es hat sich dann auch unter anderem Personal in anderen Teilen der Welt ausgebreitet. Im Prinzip in den folgenden Jahren gab es Berichte aus China von Botschaftsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Selbst in Washington, sozusagen in direkter Nähe des Weißen Hauses, gab es Fälle. Und was jetzt auch noch interessant ist, dass wir in den letzten Wochen eben sehr, sehr viele Berichte aus Wien haben. Das heißt also, allein 20 Fälle, sagt man, also sagen manche Quellen, gibt es jetzt in Wien in der letzten Zeit. Und es ist kein Wunder, dass die Medien das aufgegriffen haben, dass die Biden-Regierung das nochmal aufgegriffen hat und da jetzt nochmal verstärkt genau hingucken möchte, wo denn die Ursachen liegen könnten. Ja, ganz genau. Es ist übrigens auch so, dass in Kuba auch kanadische Diplomaten dann betroffen waren. Die sind dann auch von amerikanischen Wissenschaftlern untersucht worden. Also da gehen wir nochmal zurück in die Zeit, also jetzt nicht aus der Jetzt-Zeit, wie wir in Wien waren, sondern nochmal in den März 2018. Da gab es dann auch Untersuchungen an kanadischen Diplomaten, die diese Fälle gehabt haben. Und du hast gerade schon den Bogen geschlagen über andere Regionen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, da spinnen irgendwelche Diplomaten, MitarbeiterInnen. Aber tatsächlich hat dieses Havanna-Syndrom auch zu politischen Konsequenzen geführt. Also es war tatsächlich so, dass, wir sind jetzt hier in der Amtszeit von Donald Trump, es ganz klar dazu geführt hat, dass man das als Angriff bewertet hat. Zunächst mal, also erstmal waren es unklare gesundheitliche Ereignisse. Dann hat man sie als Angriff gewertet. Wovon können wir gleich nochmal erklären. Und hat dann auch dazu zurückgegriffen, zum Beispiel Diplomaten aus Kuba auszuweisen. Weil man gesagt hat, die haben irgendwas Merkwürdiges getan, wir weisen die Diplomaten aus. Und das hat dann auch die diplomatischen Beziehungen zunächst mal zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten unter Spannung gebracht. Genau, weil nämlich die Botschaft dort ja nur noch mit einer Notbesetzung funktioniert hat und man wirklich non-essential personal wirklich abgezogen hat aus Vorsicht. Und das hat die kubanische Regierung dann dazu veranlasst, da selber mal nachzugucken. Weil man gesagt hat, das sind jetzt merkwürdige Ereignisse, wir müssen da jetzt selber mal gucken. Und dann hat man halt angefangen eine Untersuchung durchzuführen, die wirklich alle Möglichkeiten in Betracht gezogen und abgeklappert hat. Und ich weiß nicht, ob du dann auf die Details dieser Untersuchung und der möglichen Ursachen nachher nochmal eingehen willst. Auf jeden Fall war die kubanische Untersuchung nicht aufschlussreich, sagen wir mal so. Also es gab keine wirklich konkrete Ursache, die das hätte erklären können. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja kein Wunder natürlich, also wenn die da irgendwie mit dahinter stecken vielleicht noch, dann ist ja klar, dass die da irgendwie keine Ursache finden. Aber der Fall ist doch deutlich komplexer als das. Also vielleicht, du hast es so angedeutet, also ja, man hat dann natürlich von amerikanischer Seite nicht nur kubanische Diplomaten ausgewiesen, sondern man hat auch im Grunde genommen das Personal massiv eingeschränkt. Du hast es gerade schon gesagt, es war wirklich nur ein paar Leute, die man da gelassen hat. Und die Botschaft ja quasi leer geräumt hat. Und das war auch genau der Grund, den die Amerikaner dann vermutet haben, was hinter diesem Angriff gesteckt haben will. Nämlich die Präsenz der Vereinigten Staaten in Kuba ja zu minimieren. Also die diplomatische Präsenz zu minimieren. Das heißt, wir greifen Botschafter an, also wer auch immer es gewesen ist, das war ja erstmal noch offen, damit die dann abgezogen werden, weil natürlich niemand sein Leib und Leben im diplomatischen Dienst riskieren möchte. Aber sehr schnell ist noch ein anderer Protagonist ins Spiel gebracht worden. Und da befinden wir uns dann wirklich so in den letzten Ausläufern, ich meine bei Kuba auch schon, das ist klar, in den letzten Ausläufern des Kalten Krieges oder vielleicht in einem neuen Kalten Krieg. Denn man hat relativ schnell gesagt, okay, das ist vielleicht ein neues Ding, was die Russen irgendwie entwickelt haben, mit dem sie halt unsere Leute angreifen. Es gab dann eine ganze Reihe von Untersuchungen, du hast es schon gesagt. Also zunächst mal innerhalb der Vereinigten Staaten selber, das CDC, das Centers for Disease Control and Prevention, hat eine groß angelegte Studie durchgeführt. Da sind dann 95 US-Diplomaten betrachtet worden. Vielleicht muss man hier an der Stelle jetzt schon einmal sagen, was das Problem natürlich dabei ist. Wir befinden uns hier bei absoluten geheimen Daten in weiten Teilen. Das heißt, all diejenigen, die von außen Untersuchungen durchgeführt haben, hatten Probleme, alle Daten zu bekommen. Und es waren teilweise, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, auch schon Fälle und Ereignisse, die länger zurücklagen. Also wenn wir sagen, so die ersten Anzeichen oder die ersten Fälle, wo Leute gesagt haben, sie haben was Merkwürdiges erfahren, waren 2016 schon. Dann war es natürlich schon allein in der Rückschau ein bisschen schwierig, das alles zu rekonstruieren. Genau, also das beides zusammengenommen macht schwierig. Und was halt zum Beispiel fehlte, war die Soziodemografie. Es war ganz häufig gar nicht klar, Mann, Frau, wie alt. Und das fehlte, es fehlten auch Zusammenhänge, ob da zum Beispiel, ich sage mal, Familienverbünde betroffen waren. Das waren Informationen, die man nicht hatte, die man natürlich sehr gut hätte gebrauchen können. Diese CDC-Studie ist dann am Ende dazu dem Ergebnis gekommen, dass der Mechanismus von Verletzungen des Gehirns, wie Menschen vielleicht mit irgendwas ausgesetzt waren, eine Behandlung oder andere Faktoren für die merkwürdigen Symptome, die die Menschen hatten, konnten erstmal nicht eindeutig festgelegt werden. So stand es dann in diesem Bericht drin. Man hatte im Vorfeld schon bei einigen der betroffenen MRI-Scans gemacht, also Magnetresonanz. Tomografie, danke. Und da ist es ganz interessant, dass man festgestellt hat, dass es Hirnverletzungen gegeben hat, so möchte ich es mal formulieren, die zumindest so im Bereich einer Gehirnerschütterung gelegen haben, zum Teil auch ein bisschen umfangreicher waren. Und man konnte sich nicht wirklich erklären, wie es zu diesen Verletzungen des Gehirns gekommen ist. Hier muss man sagen, wir schieben es schon mal rein, sonst klingt es zu merkwürdig, dass das umstritten ist. Man hat dann nämlich andere Studien angestrebt und hat dann im Grunde genommen andere Tomografien genommen, hat die verglichen, hat gesagt, na gut, die Gehirne sehen altersentsprechend aus. Und man findet eben den gleichen alten Gehirnen ohne Trauma, ohne die beschriebenen Symptome ähnliche Tomografien oder Ergebnisse von Computertomografien, sodass wir hier nicht so wirklich eindeutig es festlegen können. Das ist das Zweite. Also man sagt jetzt natürlich, klar, kann man ja eine Röhre schieben und gucken, was ist. Da hat man zunächst gemeint, was zu finden. Dann hat man aber hinterher festgestellt, so eindeutig ist es nicht. Und dann hat das CDC nochmal wirklich in einer, wie du richtig gesagt hast, retrospektiven Studie, sich die ganzen Akten angeschaut, die ganzen medizinischen Ergebnisse, die zugänglich waren. Und man ist auch nicht zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Trott nichtsdestoweniger hat sich die amerikanische Regierung unter Angriff gefühlt, Attacken ausgesehen gefühlt und es bekam ein Spin, dass die Sicherheitsbehörden wirklich sehr, sehr involviert waren. Und man hat dann die NSA und andere Einrichtungen eingeschaltet. Also es wurde sozusagen das gesamte Sicherheitsapparat aktiviert. Und es gab dann eine ganze Reihe von Theorien, was denn diese Verletzungen hätte verursachen können. Genau, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Es haben verschiedene Einrichtungen Untersuchungen durchgeführt. Das große Problem bei der Geschichte war, dass die untereinander nicht wirklich kommuniziert und Daten ausgetauscht haben. Also wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, wie wichtig das in der Wissenschaft ist, dass Wissenschaftlerinnen, die etwas durch Studien versuchen herauszufinden, die in der Forschung sind, untereinander auch Daten zur Verfügung stellen, damit andere eventuell Versuche reproduzieren können, wiederholen können und dann hoffentlich zu den gleichen Ergebnissen kommen oder eben auch nicht. Also so funktioniert halt Forschung. Und das war eben auch natürlich, wie du hast es erwähnt, aufgrund der Geheimhaltung und der, sagen wir mal so Brisanz der Datensätze, nicht möglich und auch wirklich teilweise nicht gewünscht. Also das heißt, jeder hat so, jede Einrichtung hat so vor sich hin überlegt und geforscht. Und das Ganze wurde also nicht zusammengeführt und man hat sich irgendwie untereinander auch mal ausgetauscht und vielleicht zusammen überlegt, sondern jeder hat da so sein eigenes Süppchen gekocht. Aber zurück zu den möglichen Erklärungsmöglichkeiten. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Kubanern zurück. Die haben ja auch schon Überlegungen angestellt. Genau, also das war ja parallel. Dann beschreiben wir mal ganz kurz die kubanischen Bestrebungen der Sache auf den Grund zu gehen. Also natürlich haben die Kubaner dann auch Informationen der Amerikaner bekommen und nach deren Ideen gesucht, aber die Kubaner hatten eigene Ideen und Theorien. Man hat nämlich festgestellt, dass dann nach einer gewissen Zeit, wir reden ja hier von einem Zeitraum von zwei, drei Jahren, in denen diese Ereignisse aufgetreten sind, und die amerikanischen Diplomaten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die immer wieder berichten, dass sie komische Geräusche gehabt haben, bevor diese Symptome eingesetzt sind. Und dann haben sie auch begonnen, Geräusche aufzuzeichnen. Und das hat man sich angehört natürlich untereinander, um sich zu warnen ein bisschen. Wenn du das hörst, dann mach irgendwas, was auch immer du machen sollst. Und gleichzeitig hat man sich im Nachhinein natürlich das angehört, um herauszufinden, was könnte das für ein Geräusch gewesen sein, wo kommt dieses Geräusch her. Und man hat das festgestellt und das relativ unspektakuliert, dass es sich um Grillen gehalten hat. Ja, Grillen oder Zikaden, genau. Das war dann also eine Möglichkeit, das war natürlich höchst unbefriedigend so als Erklärung. Genau. Man hat dann natürlich weitergeguckt, weil ja wirklich auch Krankheitssymptome im Spiel waren und nicht nur einfach ein Grillenzirpen, sondern eben auch sowas wie Übelkeit und so weiter und Sehstörungen, ob es vielleicht Giftstoffe gewesen sein könnten. Und da hat man natürlich auch in Richtung von Pestiziden geguckt und Mitteln, um das Zika-Virus einzudämmen, was ja auch genau zu der Zeit krassierte. Und auch hier hat man festgestellt, selbst bei den Ausbringungen von Pestiziden, die es dann auch gegeben hat in Havanna, sind die aber zeitlich, haben die nicht zueinander gepasst, um alle Fälle zu erklären. Und auch die Mengen von ausgewachteten Pestiziden, naja, waren nicht hoch genug. Und es hätte dann ja auch Kubaner treffen müssen. Also das ist ja so, dass in diesen Botschaften natürlich auch immer Menschen von vor Ort arbeiten. Also auch das konnte kein plausibles Erklärungsmuster geben. In den Vereinigten Staaten ist man dann hergegangen und hat dann geschaut, was gibt es denn für Möglichkeiten? Eine Theorie, die sich, sagen wir mal, zumindest erstmal festgesetzt hat und bis heute auch in der Presse zirkuliert und wahrscheinlich auch das ist, was man heute findet, wenn man jetzt mal spontan nach Havanna-Syndrom sucht und dann ist man auch ganz aufgeregt, sind Mikrowellen. Die Idee ist hier, dass man versuchen könnte oder annehmen könnte, dass diese Muster, die da aufgetreten sind, durch die Aussetzung des Gehirns mit Mikrowellen aufgetreten sein könnten. Ja, das muss sehr, sehr zielgerichtet. Aber unauffällig erfolgt sein. Das heißt also, es gab keine große Hitzeentwicklung. Es gab ein nicht überbordend lautes Geräusch, sondern ein eher dezentes Geräusch. Und dann eben diese Symptomatik und dann eben wirklich auch nur bestimmte Personen betreffend. Es gab einen Fall, wo ein Regierungsmitarbeiter darüber berichtet hat, er sei im Auto unterwegs gewesen und er hätte dann ein Symptom verspürt. Und sein Sohn, sein kleiner zweijähriger Sohn, der hinter ihm im Auto saß, hätte auch aufgeschrien. Und dann hätte sich aber, als er dann weitergefahren ist, das wieder gegeben mit der Symptomatik. Also das ist ein ganz, ganz spezieller Fall. Und wir haben es dann hier wirklich mit einer sehr, also wenn es dann wirklich eine Mikrowellenwaffe wäre, einem sehr zielgerichteten Angriff zu tun, auf jeden Fall. Genau. Und da sind wir dann relativ schnell in dem Kontext einer Strahlenwaffe, die eingesetzt worden sein soll. Entweder Radiofrequenzen oder dann Mikrowellenstrahlen, die eingebracht worden sein sollen. Es gibt dann nach verschiedenen Studien zu dem Thema im Dezember 2020, also wirklich sehr, sehr frisch nochmal, ein eingerichtetes Komitee des US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, eingerichtet vom Innenministerium der Vereinigten Staaten, vom State Department. Und die sollten sich das auch nochmal alles angucken. Und in diesem Bericht war es dann auch am Ende nicht eindeutig. Es gab vier mögliche Erklärungen dafür. Und eine Erklärung waren diese Mikrowellen auch. Und hier in diesem Bericht, dieser Expertenkommission, kommt nochmal all das zum Tragen, was Alexa schon erzählt hat. Nämlich die Schwierigkeit, die Daten zusammengeführt zu bekommen. Alle Daten, die man sonst so bekam, auch aus dem State Department, das natürlich kooperieren wollte, waren dann zum Teil redacted, wie das so schön heißt. Das heißt, man kann ja heutzutage sich selber FBI-Unterlagen zum Beispiel oder auch CIA-Unterlagen im Internet anschauen. Es hat den Freedom of Information Act vor einigen Jahren gegeben, der nach wie vor in Kraft tritt. Man kann sich also Unterlagen von Geheimbehörden anschauen. Das Problem dabei ist, dass es immer noch den Behörden freisteht, gewisse einer besonderen Geheimhaltung unterlegenen Informationen unkenntlich zu machen. Das heißt, diese Texte haben halt dicke schwarze Balken drin. Und mit diesem Problem hatte jetzt natürlich dieses Komitee dann am Ende auch noch mal zu kämpfen. Es sind also von 2016 an bis natürlich in den Dezember 2020 sehr viele Unterlagen zusammengekommen zu diesem Thema. Aber es fehlten halt auch viele Fragmente. Aber die vorherrschende Meinung ist, dass es sich hier um eine Mikrowellenwaffe handeln könnte. Oder Ultraschall. Könnte. Oder? Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Eine zweite Theorie ist es dann aber auch, dass es eine Ultraschallwaffe sein könnte. Auch das ist noch eine Theorie, die es gegeben haben oder gibt. Die ist nicht ganz so medial präsent. Aber hier eine ähnliche Idee, eben einen schwer gerichteten Ultraschallimpuls zu benutzen, um hier diese Verletzung im Gehirn herzustellen. Auch das eine Theorie, die entstand. Es gab dann in diesem Abschlussbericht noch die Idee, und das war ja auch das schon, was in Kuba gesucht worden ist, nämlich die Frage, könnten es Pestizide oder tatsächlich irgendwelche Giftstoffe sein, bis hin zu einer Vergiftung tatsächlich. Auch das hat man sich angeschaut. Und das war nicht so passgenau. Und es gab dann auch schon in diesen Berichten eine Überlegung später dann auch, und sogar ein Buch zu dem Thema, das sagt, vielleicht sind es aber auch eher psychische Ursachen, die zu diesem Ereignis geführt haben. Und in diesem Zusammenhang findet man einen Begriff, der, wie ich finde, für einen Laien, der das liest, sofort negativ besetzt ist, nämlich Massenhysterie. Das heißt also, wenn du im Zusammenhang mit dem Havanna-Syndrom, wo wirklich einige Menschen, gerade jetzt aktuell wieder sehr viele, über konkrete physische Auswirkungen klagen, also wirklich Krankheitssymptome, die sie auch über längere Zeit hin belastet haben. Und dann liest du aber gleichzeitig den Begriff Massenhysterie oder Massenpsychose oder etwas Ähnliches, was ja nahelegt, dass die Leute sich das einfach eingebildet haben. Dann kommt einem das irgendwie schon merkwürdig vor, finde ich. Und ich gebe ganz offen zu, dass ich an dem Punkt gesagt habe, na, das wäre aber gerade bei dieser Art von Menschen wirklich eine sehr merkwürdige Erklärung. Wenn das wirklich gestandene Regierungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, CIA-Offizierinnen und Offiziere, die wirklich auch, sagen wir mal so, ein schwieriges Arbeitsumfeld und schwierige Situationen gewohnt sind, die teilweise auch in Kriegsgebieten eventuell Dienst getan haben. Und die sollen sich dann solche Dinge einfach eingebildet haben. Da habe ich gezuckt, ehrlich gesagt. Und ich gebe ganz offen zu, dass ich wirklich, bis ich dann zum Ende unsere Quellen studiert habe, der Ansicht war, na, da muss ja irgendwie so ein Angriff oder so was Waffentechnisches vielleicht schon dahinter gesteckt haben und nicht einfach nur Einbildung. Das ist natürlich, kommt noch hinzu, dass im Amerikanischen da auch immer noch dieser Begriff der Mass Hysteria benutzt wird. Das ist ganz interessant, den es in der Form so auch gar nicht mehr gibt. Und über Hysterie müsste man jetzt sowieso noch mal gesondert reden. Und wenn man dann natürlich in die Psychodiagnostik hineinschaut, dann kommt man eher zu so Begriffen einer psychogenen Massenerkrankung und dann kommt man auch sehr schnell in den Kreis von somatoformen Störungen, also Störungen, wo der Körper Probleme hat, die aber jetzt erstmal gar keine körperliche Ursache haben. Dann klingt das alles nicht mehr so spannend, aber dieser Begriff Mass Hysteria, der ja auch dann in den Publikationen zum Teil verwendet worden ist, der führt dazu, dass man sagt, naja komm, die werden ja nicht gesponnen haben, wie du schon sagst. Es sind gestandene Leute im Außendienst, da wird ja auch nur ein sehr bestimmter Schlag von Persönlichkeiten eingesetzt. Und die wissen dann ja im Grunde genommen, dass sie jetzt nicht im befreundeten Kanada unterwegs sind, sage ich mal. Wobei unter Trump okay, aber sondern wirklich Kuba ist ja einfach auch etwas, wo man immer mal wieder auch Spannungen erfährt. Schwieriges Terror. Also das waren jetzt so die Erklärungsmuster. Wir gehen gleich noch ein wenig darauf ein. All diejenigen, die sagen, ja, aber es hat doch schon und es gibt doch und wir haben, machen wir alles gleich. Genau an der Stelle war ich auch. Wir wollen noch ganz kurz mal darauf eingehen, dass es dann eben in verschiedenen Regionen der Welt dann auch Berichte gab. Also wir gehen dann von 2016 Kuba, wo es begonnen hat, hin zu dem frühen Jahr 2018. Genau und zwar nach Guangzhou, China. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und auch da berichteten dann plötzlich US-Diplomaten von ähnlichen Ereignissen und auch hier wurde wieder eine Untersuchungskommission eingerichtet, die zu ähnlichen Ergebnissen kam, die, und das ist dann immer wieder ganz interessant, wenn man dann, wir werden euch den englischen Wikipedia-Artikel verlinken, den kann man sehr gut lesen, aber da muss man immer genau lesen, was da auch steht. Nämlich es kam, nein, Die Diplomaten erfuhren Symptome, die einer Gehirnverletzung ähnlich sind. Also das ist so eine Formulierung. Es steht hier hinten in dem Bericht, Some US Diplomates outside of Guangzhou had experienced the same symptoms resembling a brain injury. Wenn man da jetzt schnell drüber liest, steht da, die hatten Symptome von einer Gehirnverletzung. Es steht da aber nicht. Und so steht das auch nicht in den Berichten drin. Und selbst die Zeitungen, wir können euch Artikel aus dem New Yorker und aus anderen Zeitungen auch verlinken unter der Folge, die darüber berichten, sehr gut berichten, bleiben in diesem Sprachduktus. Und zumindest für uns, für die ja Englisch jetzt erstmal die zweite Sprache ist, verliest man das sehr schnell, wenn man mal ganz ehrlich ist und liest darüber hinweg. Aber wichtig hier nochmal auch auf das Wording zu achten, was hier die Untersuchungsausschüsse gewählt haben. Und dann ist da aber in diesem Abschnitt, und es ist auch nicht schlimm, dass wir uns jetzt so eng an den Wikipedia-Artikel halten, weil der wirklich sehr übersichtlich ist, ist da noch die Rede in Guangzhou von einer Warnung, die ausgegeben wurde, dass alle, die etwas Ungewöhnliches hören oder eine ungewöhnliche Sinneswahrnehmung haben, begleitet von ungewöhnlichen Geräuschen oder durchdringenden Geräuschen, nicht versuchen sollten, nach der Ursache zu suchen. Und wenn das eine Warnung ist, die dann eben an diese Menschen ausgegeben wird, die so konkret ist, dann hat das bestimmte Auswirkungen, auf die wir vielleicht dann am Ende, wenn wir über die Ursachen sprechen, nochmal zurückkommen werden. Je nach Bericht hat es diese Hinweise dann auch natürlich weltweit gegeben, also entsprechend auch auf diese Kerngruppe in Havanna. Also das hat sich dann rumgesprochen. Das war 2018. 2018, 2019 soll es dann sogar Angriffe, in Anführungsstrichen, ich mach dir mal mit Fingern, die Tüttelchen gegeben haben, im direkten Umfeld des Weißen Hauses sogar, an einer Ecke, an einer Wiese, im Vorfeld des Weißen Hauses, dann sogar im November 2020, wo berichtet wurde, da plötzlich ist mir schlecht geworden von jemandem. Das heißt, wir haben hier ein weltweites Auftreten und Alexa hat es dann am Ende gesagt, aktuell dann in Wien of all places, nochmal ein gehäuftes Auftreten. Man muss wissen, dass in Wien viele internationale Institutionen ansässig sind, über die Dinge verhandelt werden. Und es tut mir furchtbar leid, in dem Augenblick, wo ich gehört habe, US-Geheimdienstmitarbeiterinnen und Wien und Angriffe und merkwürdige Symptome, habe ich einfach sofort an irgendwelche Spionage-Thriller, an der dritte Mann und alle Filme, die ich genau jeweils in der Richtung gesehen habe, gedacht und sorry, aber die Story war einfach zu gut, das Narrativ war irgendwie zu spannend. Ja, also wirklich, Scherz beiseite, wir wollen uns auf gar keinen Fall über die Leute lustig machen, die diese Erfahrung gemacht haben und wir werden das auch am Ende nochmal aufgreifen, diesen Punkt. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Aber es ist wirklich, ja sagen wir mal so, wie ich am Anfang schon gesagt habe, etwas anders gelagert und auch durchaus komplizierter, als man jetzt so in vielen kurzen Medienmeldungen zu dem Thema findet. Genau, also ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, Wien dann eben als Hotspot, weil in Wien auch Verhandlungen stattfinden, verschiedener Natur, höherrangiger US-Militärs mit anderen Nationen und tatsächlich eine sehr schöne Beschreibung des Zustandes, war mir so gar nicht bewusst, dass Wien so ein bisschen als neutraler Spionage-Ground auf der Welt gilt. Ob das stimmt, muss ich selber nochmal nachreschieren, das wäre eine komplett neue Folge. Ja, so nach dem Motto, solange ihr Österreich nicht schadet, ist uns das wurscht, was ihr da macht. Was ihr untereinander macht, genau. Das wird ja immer einfach zitiert, die Quellen werden wir euch alle dazu verlinken. Das müssen wir uns mal angucken, weil machen wir mal Spionage in Wien als eigenes Thema. Am Ende all dieser Ereignisse und wir sind jetzt tatsächlich Juni, Juli 2021 aktuell, also die Biden-Administrationen ist über dieses Thema informiert, die Biden-Administrationen hat eine neue Untersuchung aufgelegt. Interessanterweise haben die Profiler des FBI, da würde uns jetzt Lydia wieder für auf die Finger klopfen, weil die ja anders heißen, das FBI, aber die haben sich auch noch mal die Akten angeschaut und auch die sind übrigens dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass es aber auch tatsächlich eher eine also Massenpsychose sein könnte, die tatsächlich keinen waffentechnischen Hintergrund hat. Das muss man sagen. Jetzt hat die Biden-Administrationen gesagt, nee, guckt euch das bitte noch mal an. Und auch das FBI wollte noch mal drauf schauen und so seine bisherige Linie noch mal überprüfen. Ein Reassessment. Und das waren halt alles so Dinge, die mich wirklich komplett in die Richtung geführt haben. Wer weiß, was die Russen, die Chinesen oder wer auch immer da vielleicht entwickelt hat. Das Ganze hat auch zu einer politischen Konsequenz in der amerikanischen Innenpolitik geführt, dem sogenannten Havana Act. The Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks Act. Das heißt, es gibt jetzt ein Gesetz, ein Gesetz, was dafür sorgt, dass Menschen, bei denen so eine Hirnschädigung, wie wir sie jetzt hier gerade beschrieben haben, egal wie die WUZ, kompensiert wird. Und dass die dann, wenn die nicht mehr arbeiten können, finanzielle Unterstützung erfahren. Das gab es vorher nicht. Also jedenfalls nicht für diese Art von Verletzungen, also Organschäden und Hirnschäden. Also es gab diesen Federal Employees Compensation Act natürlich, aber der hatte halt so ein Schlupfloch, was eben diese spezielle Art von Erkrankungen angeht. Genau, also Gehirnverletzungen und Herzerkrankungen wurden davon nicht berücksichtigt. Das ist jetzt mit aufgenommen worden. Und jetzt könnte man natürlich sagen, boah, spannend, was ist es denn jetzt? Und dann kann man sich natürlich mit verschiedenen Punkten der Sache mal nähern. Und tatsächlich, man glaubt ja, im Grunde genommen, so geht es mir zumindest auch, dass an so neuen Waffensystemen gearbeitet wird. Und irgendwie fliegt dann auch immer mal irgendwas an einem vorbei, wo man sagt, ja, da habe ich doch was gelesen, dass es sowas gibt. Und tatsächlich gibt es auch Mikrowellenwaffenanlagen. Und ein ganz beliebtes Beispiel oder ein Ding, was jetzt auch relativ neu durch die Medien gegangen ist, nämlich im Dezember 2020, ist Thor. Ja, und allein der Name schon. Also wirklich. Und auch die Art und Weise, wie das dann in der Presse oder in dem Fall hier bei Snopes besprochen wird, irgendwie in dem Video ist dann die Überschrift Thor dropping the hammer on drones. Jetzt habe ich es schon vorweggenommen, was dieses Ding macht. Aber das alleine beflügelt natürlich die Fantasie schon total. Natürlich. Thor ist natürlich ein Akronym, wie alle Projekte, die so in der Wissenschaft und natürlich auch in der militärischen Forschung unterwegs sind, haben die dann immer Akronyme. Und Thor steht für Tactical High Power Operational Responder. Thor, das klingt ja schon wieder so ein bisschen unspannender. Was ist es? Thor ist aber tatsächlich ein Gerät, was Mikrowellenimpulse, hochenergetische Mikrowellenimpulse aussenden kann, um Drohnen zum Absturz zu bewegen. Und das ist relativ clever konstruiert für so ein Waffensystem. Gruselig, aber clever. Und günstig eigentlich auch. Im Vergleich günstig. Es wird gerade evaluiert, ob es zum Einsatz kommen wird. Das ist in so einem relativ normalen Container, wie er auf Containerschiffen verwendet wird. Die sind ja standardisiert in der Größe und hat dann so eine kleine Radarschüssel, so beschreibe ich das mal, die man dann über mehrere Achsen drehen kann. Und das Ding kann einfach mit Mikrowellenimpulsen Drohnen ausknipsen. Und wenn man sich das Video anschaut, wir werden euch das natürlich verlinken, schaut das wirklich so aus, wie, also ob so ein abgeschossener Vogel vom Himmel fällt. Also die sind dann einfach tot. Und das wird auch so gesagt. Die funktionieren nicht mehr, die fallen einfach runter und sind hinüber. So, und wenn man das jetzt so hört, dann denkt man sich, ach du Scheiße, da geht ja was. Und gleichzeitig auch, was diese Geräusche angeht, es gibt auch Geräuschsysteme, die unglaublich laut sein können. Das L-Rat-System ist so ein System. Wir haben überlegt, ob wir euch das einspielen, aber dann fliegen euch die Ohren tatsächlich weg. Das machen wir aber nicht. Mich hat das brennend interessiert, wie das klingt. Deshalb habe ich mir dein YouTube-Video angeschaut, wie das zum Einsatz kommt. Beim G20-Gipfel 2009 war das. Und zwar, Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen, in Pittsburgh. Und wirklich, es zieht einem die Schuhe aus, wenn man das hört. Also selbst, wenn man das Device leise macht, ist das ganz schön krass. Da sind wir dann bei den Geräuschen, die Menschen hören. Jetzt muss man ganz kurz noch mal kurz zurückspüren. Wir haben jetzt also ein Tor, der jetzt gerade frisch entwickelt worden ist und der Drohnen vom Himmel holen kann. Und wir haben ein L-Rat. L-Rat. Und wir haben Mikrowellenöfen. Gut, und wir haben Mikrowellenöfen und wir haben, dann nehmen wir das auch noch gerade, das Active Denial System. Das klingt auch ganz harmlos. Nee, überhaupt nicht. Das ist das ADS. Und das ist tatsächlich auch eine Waffe, die Mikrowellen ausstrahlt. Eine Antenne ist das. Und die kann zu Schmerzen bei Menschen führen. Und die kann man auch relativ gut gerichtet auf Menschenmassen sogar auch richten, um denen mit dann Schmerzen zu verursachen. Und man könnte natürlich jetzt auch denken, wenn es das schon alles gibt, naja, dann werden sie doch sowas wahrscheinlich auch eingesetzt haben beim Havanna-Syndrom. Jetzt müssen wir uns noch mal vor Augen führen, was wir gerade gehört haben. Also, was es so an Devices gibt, die können Drohnen vom Himmel holen. Die können furchtbar unangenehme, wirklich immens laute Geräusche machen. Und die können Schmerzen auf der Haut verursachen. Jetzt ist die Frage, stimmt irgendetwas von diesen Dingen, die wir gerade besprochen haben, mit den Symptomen des Havanna-Syndroms überein? Und da müssen wir leider sagen, nee. Genau, weil nämlich, und das ist jetzt das Spannende natürlich, das klingt jetzt alles erstmal gut. Also es gibt, nein, es klingt nicht gut. Es gibt diese Waffensysteme, sagen wir mal, neuerer Art. Und man könnte jetzt denken, cool, die passen doch auf diese Attacken eventuell drauf. Das ist dann halt noch ein bisschen weiterentwickelt. Und dann schießt man halt so einem Diplomaten damit auf den Kopf und dann hört er komische Geräusche. Da gibt es übrigens durchaus Hinweise, dass nach dem Frei, nach der Freitheorie Geräusche im Kopf entstehen können durch elektromagnetische Wellen. Also Frei mit Y am Ende, so hieß der Mensch, der das entdeckt hat. Also irgendwie passt ja alles zusammen. Wir haben nur ein Problem. All diese Waffensysteme, wenn man sich Bilder von denen anguckt, sind halt groß. Deswegen habe ich gerade schon gesagt, wir spulen einmal zurück. Also Thor, da reden wir von einem Container. Die sind groß, die sind einige Fuß lang und obendrauf ist dann nochmal so eine große Radar-Dish, mit dem dann diese Mikrowellenstrahlen verbreitet werden. Das ist jetzt halt nicht so unauffällig, wenn du da vor so ein Botschaftsgebäude fährst und dann mal so oder ein Hotel und diese Toranlage braucht gut drei Stunden, bis sie aufgebaut ist. Da kommt vielleicht auch mal jemand vorbei, was macht ihr denn hier? Also das ist das eine Ding. Das Aeroid-System ist auch relativ groß und hat halt so große Sound-Paneele, die, sagen wir mal, zumindest in den Bildern, die man so öffentlich sich angucken kann, die Größe von einem Oberkörper von einem Menschen haben und die sind auch irgendwo auf anderen Fahrzeugen draufgebracht und das Active Denial-System, was in der Wikipedia, das finde ich so lustig, als Antenne beschrieben wird. Da hat man ja so das Gefühl, da läuft halt einer mit so einer kleinen Fernsehantenne dann durch so eine Menschenmasse rum. Das ist halt auch so ein kackegroßes Militärfahrzeug, auf dem eine riesige Parabolantenne draufsteht und dann können die punktuell Schmerzen in der Haut verursachen mit dem Ding. Also es ist jetzt nichts, was tragbar ist, was unauffällig wäre und was man auch zum Beispiel als Fremde macht relativ einfach woanders hinbringt. Denn bei Kuba war man sich relativ schnell sicher, dass es entweder die Kubaner selber sind, gut, die hätten das haben können. Man war dann aber auch immer so, dass man die Russen in Verdacht hätte und die hätten ja nun mal auch irgendwie die Sachen da hinkriegen müssen. Das heißt, ein Militärfahrzeug, also geht alles, liebe Kommentatoren, Schreiber, das geht alles, das wissen wir, aber es ist halt einfach nicht unauffällig. Und bei all diesen Waffensystemen haben wir noch ein weiteres Problem. Sie alle, die wir hier haben, diese Prototypen, haben nicht die Auswirkungen, die beim Havanna-Syndrom beschrieben sind und die müssen halt auch immer am offenen Fenster gewesen sein. Sie können nicht durch Wände hindurch arbeiten diese Systeme und wenn man jetzt dieses Tor-System sich anguckt, wo man denkt, das könnte vielleicht das Realistische sein, da geht es um Impulse, die so im Nasosekundenbereich sind und die machen auch nichts heiß. Also man würde sich jetzt da vorstellen, dass da im Gehirn irgendwie Sachen heiß werden, sondern mein Ohr wird auch immer heiß, wenn ich mit dem Handy telefoniere. Es wird auch heiß, wenn man die Hand davor hält, genau. Sondern hier geht es darum, dass die elektromagnetischen Felder in den Drohnen gestört werden und dann dadurch der Abschluss stattfindet. Ja, man kann sich jetzt darüber unterhalten, wie das denn so wäre, wenn man im Gehirn so einen Impuls versetzt. Das kann auch durchaus dazu führen, dass man vielleicht ein Geräusch hat, das habe ich gerade schon beschrieben, aber ob das dann langfristig diese Auswirkungen hat, also wenn man denn überhaupt so ein System hätte, was man benutzen könnte, das sei auch mal noch dahingestellt und ein großes Problem, nämlich von denjenigen, die sich dann intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, war, und das haben sie dann auch später geäußert, dass die absoluten Experten für die Auswirkungen von Mikrowellenstrahlung oder auch anderen Strahlungen auf den menschlichen Körper und auch aufs Gehirn nicht in dieser eingerichteten Expertenkommission waren. Und es gab dann zu diesem Zeitpunkt, als die Expertenkommission im Amt war und schon Ergebnisse generiert hat, auch schon Publikationen, die eine sehr nüchterne Betrachtung, in Anführungsstrichen ohne Superwaffen und auch eine sehr plausible Erklärung geliefert haben, die von dieser Expertenkommission dann aber nicht berücksichtigt worden sind, obwohl ihnen diese Dokumente insofern bekannt sein hätten müssen, weil diejenigen, die das publiziert haben, gesagt haben, guckt euch bitte diese Sachen hier auch noch an. Übrigens vielleicht nochmal kurz zu den ganz konkreten Auswirkungen auf den menschlichen Körper, also bei diesem Active Denial System haben wir ein Eindringen in den Körper, du hattest gesagt, glaube ich 0,4 Millimeter. 0,4 Millimeter, das reicht also nicht um den Schädelknochen. Winzig, genau. Und bei einer Mikrowelle ist es halt so, also wo du Fleisch reinpackst und dann wird das warm, das sind glaube ich zwei Zentimeter. Genau, auch das ist, also zwei Zentimeter würde natürlich reichen. Aber dann wird dein Gehirn halt gekocht, ne? Genau, ist halt kaputt. Also das würde man natürlich dann sehen und das ist genau das Problem. Also nochmal Active Denial System obendrauf auf einem Militärfahrzeug, Riesenantenne und der gelingt es, 0,4 Millimeter in die Haut einzudringen, um dort dann sozusagen einen Schmerzimpuls auszulösen. Komplett anderes Erscheinungsbild vom Havanna-Syndrom. Es geht nicht darum, dass man an diesen Sachen arbeitet, aber das sind die Dinge, die momentan funktionieren, die massiv umstritten übrigens auch sind. Die Kempfer-Kommission, die Menschenrechtskommission gucken sich das alle sehr, sehr intensiv an, was da passiert mit diesen neuen Waffensystemen. Aber sie passen einfach nicht zu dem genug, was beim Havanna-Syndrom berichtet wird. Und jetzt machen wir nochmal den Bogen ganz zurück und schauen uns nochmal an, was passt denn sehr gut. Und dann sind wir tatsächlich bei so etwas wie einer Massenpsychose beziehungsweise bei einem psychosomatischen Ereignis, was wir hier sehen. Es gibt einen Fall eines Menschen, der sagt, ihm ist da was passiert und der trägt heute ein Hörgerät oder muss heute ein Hörgerät tragen. Das wird auch immer wieder zitiert, dass da also tatsächlich dann auch massive Einschränkungen, die stark überdauernd gewesen sind, die hervorgekommen sind. Wir müssen natürlich an der Stelle berücksichtigen, es ist eine sehr kleine Stichprobe, wir haben eine Person, es kann auch zum Beispiel sein, dass diese Person ein anderes Ereignis hatte, was zu diesem Hörverlust geführt hat. Auch das gibt es natürlich, dass es hier organische Ereignisse gibt, die dazu führen. Bei den anderen, wenn wir uns nochmal die Symptome angucken, nämlich Schwindel, Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen und ich glaube, wir haben Depressionen gar nicht genannt, sind also auch emotionale Zustände, Übelkeit, Übelkeit, dann sind wir bei dem, was man auch findet, wenn man über Stressreaktionen, über psychosomatische Stressreaktionen spricht. Und um es nochmal aufzugreifen, ich hatte das schon angedroht, wir nehmen diese Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, absolut ernst. Das heißt also, wir würden diesen Menschen nicht unterstellen, dass sie, um sich wichtig zu machen, dass sie nun wirklich nicht nötig irgendwas erfunden haben, sondern die werden konkrete Symptome tatsächlich so erfahren haben. Ja, ich vergesse immer, dass wenn ich von psychosomatischen Erkrankungen spreche, das ist genau das gemeint, was Alexa beschrieben hat, ich weiß das und viele Leute verstehen das dann immer nicht, deswegen ist das gut, dass du das nochmal sagst. Also psychosomatischer Rückenschmerz bedeutet nicht, dass jemand einen an der Marmel hat, sondern es bedeutet, dass jemand Rückenschmerzen hat, die hochreal sind, die ihm große Probleme verursachen. Man findet aber weder an den Muskeln, noch an den Knochen, noch an den Nerven die Ursache für diesen Rückenschmerz. Das ist ein psychosomatischer Rückenschmerz und das ist natürlich völlig klar, dass man hier eine andere Behandlung angehen muss, weil man keine klare organische Ursache für diesen Rückenschmerz hat. Und genauso ist es jetzt hier bei diesen Stressreaktionen und natürlich Kopfschmerzen übrigens war auch eines der Symptome. ganz wichtig noch, ganz wichtig noch, genau. Und wenn wir uns mal anschauen, was sind denn so die Sehstörungen, Sehstörungen, was sind denn so die zivilisatorischen, häufigsten, stressinduzierten, psychosomatischen Auswirkungen, dann haben wir Schlafstörungen, dann haben wir Kopfschmerzen, dann haben wir emotionale Angstzustände, Depressionen, Sehstörungen, Übelkeit, Stress, all das können Ausprägungen von Stress sein. Und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, aber warum haben die denn so einen Stress gehabt? Und dann kann man natürlich noch mal schauen, was ist denn so in der Zeit passiert, als das Havanna-Syndrom begann? Und wir sehen hier, dass das relativ gut zusammenfällt mit der Amtsübernahme von Donald J. Trump. Und mit Donald J. Trump war es klar, dass eine andere amerikanische Außenpolitik beginnen wird, die auch unklar für viele war, weil er schwer einzuschätzen war, was von dem, was er erzählt nach vorne passiert vor Ort, in den Ländern und gerade in den Ländern, in denen, naja, sagen wir mal, die Verhältnisse immer nicht ganz einfach waren, so würde ich das mal formulieren. Ich bin kein Diplomat und bin dann sicherlich auch kein Experte der amerikanischen Außenpolitik, aber es ist glaube ich relativ klar, dass Havanna ein herausfordernder Job ist und wenn wir uns dann mal anschauen, dass wir dann Russland hinterher auch haben als Übeltäter, das passt dann nicht ganz zu Donald Trump, passt aber zu den amerikanischen Sicherheitsbehörden. Wobei der sich ja schon in die Medien gestellt hat und gesagt hat, die Russen waren es. Er hat es auch behauptet. Selbst das war bei ihm ein bisschen unberechenbar alles. Genau, genau. Aber China natürlich, ganz klar, der Druck auf die chinesischen Diplomaten wurde größer. Donald Trump ist ja nicht müde geworden, China unter Druck zu setzen. Wir erinnern uns an die ganzen Strafzölle, die da aufgerufen worden sind, die ja die Verhältnisse... Handelskrieg. Handelskrieg, danke, dass du sagst. Genau, das ist die kurze Er hat einen Handelskrieg herbeigeführt und das sind natürlich alles Auswirkungen auch auf Diplomaten, die extrem im Stress sind. Und dann gibt es plötzlich so die Idee, vielleicht gibt es auch noch jemanden, der uns hier mit Waffengewalt, mit neuer Waffentechnologie begegnet und die wollen, dass wir das Land verlassen, damit wir nicht mehr so stark präsent sind und dann beginnt so auch so etwas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die Zikadengeräusche, die aufgenommen worden sind, zeigen ja, dass die Leute angefangen haben, Geräusche aufzunehmen, die ihnen merkwürdig vorgekommen sind und die auch benutzt worden sind, um zu sagen, guck mal, wenn du das Geräusch hörst, dann geht es wieder los. Es waren aber Zikaden, es waren Grillen. Und das weist auch schon so in die Richtung, wie es weitergegangen sein könnte, denn jetzt könnte man ja sagen, okay, aber seit diesem Jahr ist jetzt Biden an der Regierung, es wird alles ein bisschen ruhiger, dann sind jetzt ganz viele Fälle ausgerechnet in Wien aufgetaucht, so einem Ort, wo US-Diplomatinnen und Diplomaten besonders mit Familie eigentlich gerne stationiert sein wollen, weil das so schön sicher und gemütlich ist und man da so toll leben kann. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite dieses Narrativ vom Havanna-Syndrom, was auch durch die Medien, vor allen Dingen auch wieder seit 2020, aufgegriffen wird und wo wirklich auch Warnungen nochmal ausgegeben werden, auf merkwürdige Dinge zu achten. Das heißt also, wo im Prinzip die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regierung und der Geheimdienste in Alarmbereitschaft versetzt werden, weil sie das sozusagen instruiert werden, auf Phänomene zu achten, die eben im Zusammenhang mit so einem Angriff stehen könnten. Und dann fängst du natürlich an, eben wirklich auf alles zu achten und alles auch unter Umständen anders einzuordnen, als du es vielleicht normalerweise tun würdest. Und damit sind wir dann jetzt wirklich so in dem Bereich, dass man sagen kann, wenn wir hier wieder auch Occam's Razor bedienen wollen und uns anschauen wollen, was ist die wahrscheinlichste Ursache, dann sind wir eher bei so etwas wie einem psychosomatisches, einem psychogenen Ereignis und eben keinem neuen, geheimen, Waffensystem, was zum Einsatz gekommen ist. Aber dieses Narrativ bereitet sich fort. Und dieses Narrativ ist übrigens nicht nur deswegen spannend, weil wir, wie wir jetzt mit dieser Erweiterung nach Wien hin, wo viele Fälle jetzt ja dann auch aufgetreten sein sollen, wirklich für die Älteren wie uns eben diese dritte Mann-Analogie, die hochkocht, aktivieren, also der große Spionagekrieg auf europäischem Boden, sondern noch etwas zweites aktiviert sich dann hier bei uns, nämlich im Grunde genommen die Frage, was ist eigentlich mit diesen ganzen elektrischen Strahlung, die uns umgeben, das kann doch alles nicht so sein. 5G, genau. Und genau diesen Witz, den du jetzt gerade schon gemacht hast, genau das ist es. Die Menschen haben eine panische Angst bis heute, nicht alle, unsere Hörer in der Regel ganz wenig, aber genau vor diesen elektromagnetischen Wellen und vor den Radiowellen. Und es ist halt insofern so amüsant, dass das, was die allermeisten elektromagnetischen Wellen auf uns herabregnen lässt, die Sonne ist. Die kriegen wir nicht los. Das heißt, wir werden ständig allein durch die Sonne bombardiert. Manchmal suchen wir sie sogar. Wir suchen sie, wenn wir da Aliens suchen. Wir senden sie ständig aus. Alles das, was wir machen, sendet elektromagnetische Wellen aus. Und es gibt Leute, die dann abends zum Schlafen das WiFi ausmachen, weil sie dann sagen, wenn die Wellen nicht mich treffen, schlafe ich besser. Das sind Wirkerwartungen, die man hat, für die es bis heute, und das ist nochmal ganz, ganz wichtig, keinerlei wissenschaftliche Belege gibt. Es werden dann auch wieder Halbstudien, vier Studien, nicht veröffentlichte Studien oder Studien, von denen man gehört hat, herangezogen, die diese Interaktion zwischen elektromagnetischen Wellen und Menschen postulieren. Die elektromagnetischen Wellen, die Auswirkungen haben, haben wir beschrieben. L-Grad, das ADS-System, was halt ein Militär-LKW ist, verdammt nochmal. Ja, das ist keine kleine Beifallrauter, der im Wohnzimmer steht, sondern es sind Riesenmaschinen, die man da bedient. Aber die Menschen haben die Angst. Und dieses Havanna-Syndrom spielt natürlich genau nochmal in diese Angst mit hinein. Und vielleicht nochmal in dem Zusammenhang, so wie es eine positive Wirkerwartung, man hat gesagt Placebo-Effekt, gibt es auch eine negative Wirkerwartung, den Nocebo-Effekt. Das heißt also, wenn ich vor etwas Angst habe, dann ist es wahrscheinlich oder kann es passieren, dass das eben tatsächliche körperliche Auswirkungen zu machen scheint, die mir auch total konkret vorkommen und die ich mir nicht einbilde, aber die eben trotzdem nicht auf dieses Ding, vor dem ich Angst habe, zurückzuführen sind. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen, ja, bei der Mitte diesen Handys, die werden doch warm. Und mein Kopf wird warm, wenn ich telefoniere und so. Also zum einen ist es natürlich, dass man mit dem Handy beim Mann es wirklich am Ohr hält und telefoniert, das mache ich übrigens auch nicht gerne. Man schirmt einfach dann auch so, man macht einen Hitzestau am Ohr, das ist das eine. Und zum anderen werden diese Handys natürlich warm. Das sind aber Dinge, dass ein Akku dann auch warm wird oder dass der Prozessor warm wird, genau wie wir ja PCs haben und alle, die Notebooks haben, werden wissen, wenn man da unter hohe Last geht und das Notebook viele Dinge macht, dann wird der Prozessor warm und dann wird auch die Grafikkarte warm und was passiert? Ein Lüfter geht an, damit es dann wieder kühler wird. Das hat aber nichts mit der elektromagnetischen Strahlung per se zu tun, die dann irgendwie in uns eindringt, sondern das sind ganz normale andere Prozesse von Mikroprozessoren, die im Keimzusammenhang mit einer Interaktion mit dem menschlichen Körper stehen. Aber ja, ein Handy wird halt auch mal warm, weil es halt einen Prozessor hat und nicht nur einen, der dann auch mal warm wird. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, okay, die Huxelder sitzen jetzt wieder auf ihrem hohen wissenschaftlichen Ross und sagen uns, das ist alles Quatsch und lachen da auch so ein bisschen drüber, was wir übrigens wirklich nicht wollen. Haben wir auch nicht. Haben wir auch nicht gelacht. Ich habe gelacht, ich lache immer, das tut mir furchtbar leid. Wir wollen uns über niemanden lustig machen, ich sage es nochmal. Und was ist denn, was ist denn, wenn jetzt irgendwie die Sache morgen ganz anders ausschaut? Und dazu würde ich entgegnen, wenn nächste Woche verlässliche, wissenschaftliche Belege dafür auftauchen, dass die Russen, die Chinesen, die Nordkoreaner, wer auch immer, so eine Waffe entwickelt haben, die genau die Symptome erzeugen kann und genauso leicht geheim zu halten ist, sodass verschiedene Geheimdienste auf der Welt nicht wirklich auf die Spur kommen können. Wenn es diese wissenschaftlichen Belege gibt aus einer Studie, dann sagen wir, okay, wir lagen falsch, wir machen eine neue Sendung darüber und erzählen euch mal in einem Update, wie es jetzt ausschaut. Das können wir euch in die Hand, hallo, ihr da draußen versprechen, das würden wir tun. Das heißt also, unser Herz hängt nicht an dieser Erklärung. Wir halten das mit den Informationen, die derzeit verlässlich, wissenschaftlich zur Verfügung stehen, für ziemlich unwahrscheinlich. Sollte sich das Bild aber wandeln in nächster Zeit, würden wir natürlich auch ein Update machen und die Sache richtig stellen beziehungsweise die neuen Informationen weiterleiten. Ganz genau so ist es. Und das wird jetzt ja eh nochmal aufgerollt. Also wir sind ja hier bei einem Thema, was wir selten haben, was ganz, ganz aktuell ist. Also jetzt gerade wieder durch die beiden Administrationen aktuell und wir werden uns das natürlich selber auch anschauen. Weil ich es auch einfach spannend finde. Genau. Und es war ja bei uns auch so ein Prozess. Also wir haben tatsächlich diesmal nicht angefangen auf der Seite vom Spektrum, wo wir sonst anfangen, so im komplett skeptischen Bereich, sondern wir haben dann mal über Pressemitteilungen recherchiert. Es lieb, dass du sagst, wir. Habe ich ja auch. Ja. Habe ich ja auch. Und dann irgendwann habe ich beim Lesen gedacht, gibt es da auch mal irgendwen, der das ein bisschen nüchterner sich betrachtet hat und der jetzt kein Journalist ist, der eine Zeitung verkaufen will und dann macht er es plöpp, 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 plöpp und dann gab es ganz viele Quellen, die das anders sehen. Wobei, man ehrlich ist, auch diese ein, zwei Artikel der amerikanischen medizinischen Association, der Journal of the American Medical Association, das JAMA Journal, das höchstrangige, ein sehr hochrangiges amerikanisches wissenschaftliches Journal. Da habe ich zumindest mal die gezitierten Studien, die es in der Wikipedia gibt, mir selber auch nochmal durchgelesen. Die diskutieren da schon auch sehr sauber. Also da ist es dann auch wieder so, dass sie sagen, es gibt die Möglichkeit, es besteht, es besteht aber auch die Möglichkeit, es fehlen hier Informationen und insofern konnte man da schon auch mit rauslesen, dass man sich da nicht hundertprozentig einig ist. Aber das ist dann ja so ein bisschen wie, die stille Post spielen und ich habe die vielen Konjunktive und Möglichkeiten und Possibilities und it could be as und es wurde empfunden wie und es hätte sein können, das werden dann plötzlich zu Realitäten, wenn sie das dritte Mal abgeschrieben sind und vor allen Dingen, wenn sie dann nach dem Lesen privat über eine WhatsApp-Gruppe dann weiter verteilt werden, dann sind es plötzlich Fakten, was vorher noch Konjunktive gewesen sind und das Thema werden wir weiter im Auge behalten, nicht jeden Tag, aber dann doch mal und es zeigt wieder mal, dass wir ja so ein gewisses Misstrauen auch haben, also die können uns alle prima abhören, daran besteht kein Zweifel mehr, das erleben wir jeden Tag mehr aufs Neue, dass da auch die Systeme ja viel einfacher handelbar werden, was uns auszuspionieren geht, aber all das, was mit unserem Gehirn zu tun hat und so eine Distanzwirkung auf das Gehirn, da sind wir immer noch sehr, sehr weit im Bereich von James Bond und da wissen wir immer noch sehr wenig im Grunde genommen, wir können abbilden, was passiert im Gehirn durch CTs und andere technische Dinge, aber umgeregt, das wieder reinzusteuern, ist schwierig, gelingt punktuell mal, aber das wird noch sehr lange dauern und vielleicht gelingt es uns gar nicht und ich weiß gar nicht, wenn man dann diese Idee, so etwas als Waffe zu benutzen im Hinterkopf hat, ob ich mir das wünschen wollen würde, dass wir sozusagen eine Schnittstelle zurück ins Gehirn haben, um da Dinge direkt zu manipulieren. Da bin ich unschlüssig aktuell. Ja, das mal zum Havanna-Syndrom, ein Spionage-Thema, ein technisches Thema, ich hoffe, dass wir euch damit unterhalten haben, wir werden eine ganze Reihe von Links wieder setzen, schaut es euch an, lest es nach. Was wir jetzt natürlich nicht besprochen haben, war das Moskau-Signal, also ein Vorfall, wo es wirklich ja eine Bestrahlung einer US-Botschaft mit Mikrowellen gegeben hat, das hatte aber eher, also das hatte keine gesundheitlichen Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort und diente wahrscheinlich zum Zweck, Abhörgeräte zu triggern. Das nur mal hier ganz kurz am Rande erwähnt, weil nicht, dass es heißt irgendwie, ja, aber das hat es doch gegeben. Anderer Kontext. Genau. In dem Fall. Wunderbar. Alexander, dann müssen wir jetzt nochmal erfahren, ob es Du kannst nicht mal sagen. Ob es Mac & Cheese Eis gibt. Du bist gerade ganz grün. Ja, so ein bisschen ist mir gerade anders geworden. Die Auflösung. Ja, wir machen es kurz und knackig. Die Mac & Cheese oder die Kraft Mac & Cheese Eiscreme hat es wirklich gegeben. Das Ganze ist auch in diesem Jahr passiert. Und man muss es einfach so sagen, diese Eiscream war sehr, sehr schnell ausverkauft. Das heißt also, das wurde dann vor allen Dingen auf Twitter propagiert. Da war eine, ich muss jetzt nochmal nachschauen, eine Eiscream-Firma, ich glaube, die Leuven beteiligt, die das hergestellt hat, aber wirklich mit dem Kraft Mac & Cheese Pfandleuven mit dem Kraft Mac & Cheese Geschmack und die haben dann gesagt, irgendwie greift schnell zu, solange das verfügbar ist und dann war es aber auch ganz schnell wieder weg. Also, ich hätte sie nicht gekauft, aber vielleicht möchtet ihr ja gerne sowas nochmal haben, vielleicht macht die Firma das ja nochmal irgendwie oder ihr kennt irgendwie eine ganz andere verrückte Eissorte, die ihr ganz toll findet, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, da sind ja Geschmäcker auch sehr, sehr unterschiedlich und das ist ja auch gut so. Genau. Damit haben wir euch jetzt wahrscheinlich überrascht mit der dritten Folge, wir haben das angekündigt, wir haben die drei Folgen nicht so schnell hintereinander gekriegt, wie wir das eigentlich hätten machen wollen, aber drei Folgen im Monat Juli, August dann wieder zwei Folgen, so ist es für uns geplant, Ende August gehen wir in Urlaub, wir werden aber mit allen Aktivitäten im Grunde genommen weitermachen, das heißt, es gibt zwei Podcast-Folgen im August, wir werden allerdings wahrscheinlich die Ferngespräche, während wir im Urlaub sind, zwar live machen, aber dann nicht, ich hätte jetzt fast gesagt Posthum, so ein Quatsch, also aus der Konserve noch als Podcast veröffentlichen, das machen wir in dem Fall mal nicht, aber ansonsten werdet ihr im Grunde genommen nicht so viel vom Urlaub mitbekommen. Aber im September kann ich schon mal ankündigen, wird es was Neues bei den Wild Mics geben, eine neue Sendung, die Klug scheitern heißen wird und die als Live-Sendung, als Live-Stream bei den Wild Mics geplant ist. Und die ersten 23, die jetzt schon das E-Mail-Programm auch haben, nicht Klug scheißern, sondern Klug scheitern. Ich weiß gar nicht, habe ich undeutlich gesprochen? Das hört man immer falsch beim ersten Mal, das habe ich schon ein paar Mal schon von Leuten bekommen. Klug scheitern, denn die Kurzbeschreibung dieser Sendung ist schlau durch Fail. Das heißt also, ich habe das Glück mit ganz tollen Menschen, jeweils zwei ganz tollen Menschen pro Sendung, jeden zweiten oder alle zwei Montage des Monats über Fehler zu sprechen, die sie mal gemacht haben, aus denen sie dann aber was gelernt haben. Also die irgendwie dann doch im Nachhinein positiv zu bewerten sind. Und da haben schon ganz tolle Menschen zugesagt, worüber ich mich sehr freue. Genau, und da lohnt es sich dann tatsächlich ein bisschen hinzuschauen, was die Hoaxmasters ankündigen wird, weil das wird eine ausschließliche Live-Sendung an dem Abend sein bei den Wild Mics. Danach verschwindet die und wird dann als exklusiv Podcast bei dem Portal Storytel veröffentlicht werden, sodass sozusagen ihr die zwar einmal live schauen könnt und dann natürlich bei Storytel nachhören könnt, aber sozusagen als Video on Demand, wie ihr es bisher gewohnt habt, wird das nicht gehen, sondern dann müsstet ihr Storytel abonnieren. Dazu aber dann mehr im September. Wir haben ja immer noch Juli heute, wenn ich auf den Tacho gucke und wir hören uns dann auf jeden Fall im August wieder und bis dahin natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxella Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen, so wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxella.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.